Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley CryptoVision, heute mit zwei Themen. Einmal noch ein Nothing Burger Fake News auf Twitter und CBDCs. Und was ich gefunden habe und ich der Meinung bin, dass das weitaus schneller kommt als wir glauben. Und sie werden kommen. Beginnen möchte ich allerdings mit einer Meldung über XRP. Okay, Bazinga. Roblox schließt sich mit BitPay zusammen, um Ripple's XRP als neue Zahlungsoption anzubieten. Roblox mit täglich 65,5 Millionen Gamern, täglich, wohlgemerkt, hat wohl laut BitPay gesagt, jetzt können die Spieler auch mit XRP zahlen. War ein Nothing Burger, war nix, war ein Fake News. Ich bin froh, dass XRP da nicht so drauf reagiert hat. Denn kurze Zeit später kam dann eben folgende Meldung. BitPay Kehrtwende. Erste Ankündigung von XRP Zahlungen für XSOLA und Roblox gestrichen. Nothing Burger. Es war einfach wieder Fake News. Also, BitPay hat es einfach mal veröffentlicht. Ja, wir arbeiten jetzt so hin und her und hier XRP. Man kann es sich ja fast gar nicht mehr ausmalen. Was ist hier los? Wir haben so viel Fake News am Start. Wir hatten vorgestern erst die Vernichtung von 85 Millionen Dollar durch die Falschmeldung von Cointelegraph. Das eben die SEC, den Spot ETF von BlackRock genehmigt hat. Gestern war dann jetzt die Meldung eben über XRP. Bitte guckt immer dreimal nach und wartet einfach eine Stunde nach, bevor ihr investiert. Könnt ihr euch erinnern an Litecoin und Walmart? Zwei Jahre her, da ist Litecoin 30% in die Höhe geschossen. Nur weil diese Fake-Nachricht rausgegangen ist, dass Walmart die Kaufhauskette in Amerika jetzt Litecoin als Zahlungsmittel akzeptiert. Man kann es sich ja gar nicht mehr ausmalen. Also immer vorsichtig sein. Aber jetzt kommen wir mal zu den CBDCs. Und was ich entdeckt habe, warum das noch viel schneller gehen wird. Denn CBDCs werden unvermeidbar sein. Wie Thanos. Einmal hat es geklappt, zwei, zwei, zwei nicht mehr. Aber bei CBDCs können wir davon ausgehen, wenn die mal da sind, werden sie bleiben. Ich bin da auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen. Coingraph, das ist ein langer Thread. Ich gehe hier jetzt nur mal ein Stück weit darauf ein. In diesem Thread geht es um die Immobilienkrise in China. Evergrande hat schon Insolvenz eingereicht. Dann Rose Garden oder wie die heißen. Die haben jetzt die letzte Tilgungstermin verpasst. Die haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um ihre Schulden eben dann wieder zu bedienen. Sieht auch nicht sehr gut aus. Und die Chinesen forcieren natürlich ihren CBDC. Ich gehe jetzt da mal ausschnittsweise auf diesen Thread ein. Ich sehe hier schon Nummer 17. Wie sollen sie zusätzlich 600 US-Dollar pro Monat bezahlen? Da geht es also um die Zinserhöhungen. Das können sie nicht. Wir werden eine große Krise auf dem kanadischen Immobilienmarkt erleben. Und während dies geschieht, ist Folgendes interessant. Genau wie in China gibt es Propaganda-Vorbereitungen für die Bevölkerung für digitale Währungen. Die Bank of Canada sagt, dass CBDC Inklusionsprobleme überwinden kann. Und im Allgemeinen ist die digitale Währung so gut, dass sie alle Probleme auf einmal löst. In Australien ist es mehr vom Gleichen. Jeder fünfte Kreditnehmer steckt in einer tiefen Schuldengrube. Die Reserve Bank of Australia schließt sich dieser Meinung an und erklärt, dass die digitale Zentralbank-Währung CBDC die Zukunft des Geldes ist. Die Ersparnisse der Einleger müssen tokenisiert werden. Insgesamt nähert sich der Immobilienmarkt weltweit einem Stadium erheblicher Probleme. Es wird eine globale Krise sein, der im Moment niemand Aufmerksamkeit schenkt, weil sich alle auf den Krieg konzentrieren. Aber was geschah zum Beispiel in Japan? Am 9. Oktober ereignete sich der größte Ausfall im japanischen Bankensystem, als 1,4 Millionen Überweisungen eingefroren wurden. Dabei handelt es sich nicht um einen Betrag von 1,4 Millionen US-Dollar, sondern um 1,4 Millionen einzelner Überweisungen, die aufgrund des Fehlers im System stecken geblieben sind. Die Panne betraf 11 Banken, darunter übrigens auch die JP Morgan Chase Bank. Jetzt führen japanische Banken eine digitale Zentralbank-Währung ein, die durch Bankeinlagen gedeckt ist. Also durch das Geld der Kunden. Außerdem werden japanische Unternehmen es auf Umwelt- und saubere Energiestandards zuschneiden. Gary Gensler wird sich freuen, denn auch ISG ist in Amerika halt einmal ein ganz heikles Thema, das die administrativen Kosten für Unternehmen vervierfacht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Als würde man die ganze Welt darauf drängen, zusammenzubrechen, wegen Schulden, Administration und sonstigen Themen. Dann habe ich auf Twitter eine Meldung gefunden eines Dienstleisters für den Finanz- und Bankensektor. Und zwar Business Logics. Sicherer Umstieg auf eine neue SEPA-Formate in Version 3.7. Klingt jetzt nochmal nicht so aufregend. Jetzt wird es interessant. Die ab dem 19. November 2023 gültigen Formate des SEPA-Zahlungsverkehrs für deutsche Kreditinstitute wurden grundlegend überarbeitet. Sacken lassen. Die Meldung ist vom 11. Oktober. Am 11. Oktober informiert ein Software-Dienstleister für Banken und Zahlungsinstitute ein Newsletter, dass die ab 19. November fünfeinhalb Wochen später geltenden Regeln maßgeblich überarbeitet worden sind. Grundlegend überarbeitet. Und das jetzt hier. Und jetzt geht es noch weiter, Freunde. Für die Einführung des neuen Formats Version in bestehende Software-Systeme sind darin umfangreiche Tests notwendig. Hurra! So Banken. Fünfeinhalb Wochen. Das wurde mir alles jetzt mal überarbeitet. Ihr müsst jetzt mal hier ein paar Systeme neu laufen lassen. Ihr habt ja genug Zeit für schwerfällige Institute wie Banken. Stressauslöser. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber im Text geht es eben noch weiter. Umstellung der Basisformate auf ISO-Standard 2019. Der SEBA-Standard von Deutscher Kreditwirtschaft, DK, ist in Anlage 3 des DFÜ-Abkommens zusammen mit dem jeweiligen Schema-Vision etc. etc. für den Zahlungsverkehr im Corporate Banking in Deutschland. Die aktuellen Formate für Überweisungen in Lastschriften sowie Payment Status Report basieren nun auf dem ISO 222-Standard. der Version 2019. Und dann unterscheiden sich somit deutlich von den Vorversionen. Ups. Fünfeinhalb Wochen und dann habe ich mir gedacht, gehe ich doch mal auf die deutsche Kreditwirtschaft. Will ich doch mal gucken, was da so los ist. Und ja. Da gehe ich doch mal. Moment, Sekunde. Da gehe ich doch gleich mal drauf. Wer ist denn das? So, die deutsche Kreditwirtschaft. Oder beziehungsweise, wollen wir dann erst mal gucken. Mal einen Moment, damit ich euch den nochmal, damit ich euch mal zeige, was das für ein Software-Dienstleister ist. Nicht, dass ihr denkt, der macht die Bank Müller um die Ecke hier mit seiner Software glücklich. Nein, 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 nein. Gehen wir da mal rein zu den Referenzen. Wen haben wir denn da? Wir haben die Aerial Bank. Bank Frick. Sagt man alles nichts. Bayerische Landesbank wird jetzt schon interessanter. Die Commerzbank. Wir haben erst die Group. Eines der führenden Finanzinstitute in Zentral- und Osteuropa mit 47.000 Mitarbeitern wohlgemerkt. Wir haben die Landesbank Hessen-Thüringen. Wir haben die Landesbank Baden-Württemberg. Santander kennen wir alle als Ripple-Partner. Und dann sehen wir hier die älteste Privatbank Deutschlands, Bärenberg. Wir sehen hier die Deutsche Bank. Solche Dinge. Wir sehen hier Raiffeisen Software. Wir sehen hier die Landesbank Berlin und die Landeshauptkasse Brandenburg. Man kann es sich gar nicht ausmalen. Aber jetzt gehen wir mal zur deutschen Kreditwirtschaft. Deutsche Kreditwirtschaft fordert politische Leitplanken für einen digitalen Euro. So, da steht jetzt einmal ein Haufen Blabla drin. Das ist also eine Stellungnahme. Und dann zeige ich euch einen Abschnitt. Da gehen wir jetzt mal rein. Weil das möchte ich euch einfach zeigen. Und ich bitte euch jetzt einfach mal konzentriert zuzuhören, was da drin steht. Ich werde es dementsprechend betonen. Die vorgeschlagene Qualifizierung des digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel mit Akzeptanzverpflichtung kann den Erfolg des digitalen Euro unterstützen. Akzeptanzverpflichtung. Eine derartige Vorgabe muss jedoch verhältnismäßig sein und die Vertragsfreiheit angemessen berücksichtigen. Zudem sind die wettbewerblichen Auswirkungen auf privatwirtschaftliche Angebote zu prüfen und die Grundsätze der Proportionalität einzuhalten. Eine verpflichtende Einführung des digitalen Euros darf keinesfalls zur Substituierung marktfähiger, innovativer Bezahllösungen der Privatwirtschaft führen. Und hier hat die deutsche Kreditwirtschaft zwei Dinge erkannt. Zum einen Akzeptanzverpflichtung, so auf gut Deutsch, ihr werdet den sowieso einführen und es wird verpflichtend sein, den zu nutzen. Aber auf der anderen Seite im selben Absatz noch mal darauf hingewiesen, dass privatwirtschaftliche, innovative, marktfähige Lösungen berücksichtigt werden sollten. Ripple, Stellar Lumen, Algorand, Quant als Interoperabilitätslöser, Chainlink für Interoperabilität beim SWIFT-System. Wir werden sehen, dass die Privatwirtschaft natürlich da auch eine gewaltige Rolle spielen wird. Ich kann euch sagen, warum. Weil die Banken jetzt zum Beispiel eben auch, wenn ich da noch mal auf den Business Logics hinweisen darf, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine GmbH und die beliefern auch Banken mit Software. Es muss einfach nur funktionieren. Darum werden auch Banken auf Ripple zugehen und es verwenden. Meine Meinung, meine ganz persönliche, meine Two Cents. Das war es von mir heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, ein Like, kommentiert. Ihr helft mir da beim Wachstum. Es wird immer wichtiger sein und werden Menschen zu erreichen, damit die sehen, was auf uns zukommt. Und dass wir nicht dauernd hier von den Nachrichten geblendet werden, während hier das passiert, was uns alle in Zukunft einfach unglaublich beeinflussen wird. und wir haben jetzt nur die Möglichkeit, da zu investieren. Do your own research. Ich wünsche euch von Herzen. Werdezeit bleibt gesund. Es ist das höchste Gut, das wir haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Freunde. Why do I hold XRP? Allianz featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Xchange. What crypto is Xchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emiratis, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director at SWIFT? Former SWIFT board member? Former CFO of PayPal? Former head of the DTCC? Former Chief Business Officer at Uber? Former VP of Amazon? And former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation? Digital Dollar Project? Digital Euro Association? Mojaloop? IMF's High Level Advisory Board on FinTech? Hyperledger Blockchain Consortium? Open Payments Coalition? Faster Payments Council? Global Payments Steering Group? Cross-Border Working Group? International Association for Trusted Blockchain Applications? Crypto Climate Accord? University Blockchain Initiative? World Wide Web Consortium? And a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear? Or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.